Jo Leute, herzlich willkommen bei Functional Fitness. Mein Name ist Tim Schröder und heute geht es um den vierten Fehler. Davor noch ganz kurz, der dritte Fehler war immer Training mit den gleichen Gewichten. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut in die Infobox, das ist der erste Link in der Infobox. Versucht es euch einfach anzusehen, weil es ist ganz wichtig, diese Verbindungen zwischen den Videos einfach rauszukriegen. Es bringt euch nichts, wenn ihr nur ein Video seht, weil dann seht ihr nur einen Fehler. Diese ganzen Sachen hängen miteinander zusammen, also versucht euch das andere auch anzugucken in Verbindung mit diesem hier. Heißt, vierter Fehler, Training im selben Wiederholungsbereich. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, die Softboxen blenden immer so ein bisschen. Ja, was will ich mit Wiederholungsbereich sagen? Wiederholungsbereich in drei Areale eingeteilt. Kraftausdauer, Hypertrophie oder Muskelwachstum und Maximalkraft. Da gibt es keine festen Grenzen, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt Bereiche, in denen man sagt, da arbeitet man mit dieser Variante. Also grob gesagt von 15 bis 25 ist jetzt meinetwegen Kraftausdauer. Von 13 oder von 15 bis 8 oder 7 ist jetzt Muskelwachstum und von 6 bis 1, also von 6 Wiederholungen bis 1 Wiederholung ist Maximalkraft. So, was habe ich jetzt hier hingeschrieben? 12 Wiederholungen für optimal Muskelwachstum. Wieso schreibe ich das da hin? Es ist von Studien nachgewiesen, dass man exakt bei 12 Wiederholungen das maximale Muskelwachstum erreichen kann. Kommt natürlich auf ganz viele Faktoren an. Also trainiert man jetzt so, dass man 12 Wiederholungen macht, aber theoretisch 15 machen könnte? Nein, es muss natürlich Train to Failure sein. Also wirklich trainieren, bis der Muskel quasi versagt, weil dann hat man auch erst diese 12 Wiederholungen quasi voll. Da will ich aber jetzt nicht zu sehr reingehen. Ich will eher auf diese einzelnen Wiederholungsbereiche und was man damit machen kann bzw. machen sollte in dieser Variation eingehen. Heißt, 12 Wiederholungen sollte man als Anfänger bzw. als Neueinsteiger erstmal verfolgen. So 12 bis 15 Wiederholungen schreibe ich zum Beispiel auch in meine Trainingspläne. Also nicht direkt so, wenn der Klient wirklich direkt sagt, okay, ich will Muskeln aufbauen, dann bringt es halt nichts, dem irgendwie 20 Wiederholungen aufzubinden oder so. Das ist einfach nicht bedarfsgerecht. Heißt, 12 bis 15 Wiederholungen finde ich persönlich immer eine gute Eingewöhnung. Da kann man sich gut reinfinden. Zu den Maximalkraftwerten kommt man dann erst später im fortgeschrittenen Bereich. So, Kraftausdauer als Deload, was heißt das? Also, wenn ihr irgendwann an einem Punkt seid, ihr habt ganz lange Muskelwachstum betrieben, also so im Bereich von 12 Wiederholungen, seid jetzt am stagnieren oder seid auf einem Plateau, kommt nicht mehr wirklich weiter. Dann würde es zum Beispiel Sinn machen, einfach diese Variation der Wiederholungen einzubauen und dann wirklich mal zum Beispiel eine Woche Deload oder eine Woche Kraftausdauer zu machen. Heißt, da spricht auch dieses Prinzip der Variation. Heißt, der Muskel gewöhnt sich an die Wiederholungen und dann kann er sich besser darauf einstellen und muss weniger wachsen, um das Gewicht zu bewältigen. Heißt, man kann natürlich auch im Endeffekt die Gewichte versuchen zu steigern, aber wie gesagt, Plateau oder Stagnation ist natürlich das, wo es sehr, sehr schwierig ist, Gewichte zu steigern. Deswegen kommt man jetzt zu einem Deload zum Beispiel. In einer Deload-Woche oder in fünf Deload-Tagen oder so, trainiert man normal weiter, also man macht keinen normalen Rest-Day, aber man trainiert zum Beispiel mit der Hälfte des normalen Gewichts. Was macht das in erster Linie so, mehr oder weniger? Also, das hilft dir in erster Linie wieder Energie zu sammeln und dich auch im Endeffekt wirklich mal nochmal auf die Bewegung zu konzentrieren mit leichtem Gewicht. Ich finde es persönlich auch eine gute Möglichkeit, um dann einfach nochmal auf die Technik einzugehen. Im Endeffekt gönnt das quasi eurem Körper auch so eine Ruhephase. Heißt, euer zentrales Nervensystem wird nicht mehr so belastet. Es kommt mal wieder runter, weil das ist auch ganz, ganz doof, wenn euer zentrales Nervensystem die ganze Zeit in diesem High-Low-High-Low ist, weil einfach, wenn ihr immer hart trainiert, ist das einfach so. Deswegen sollte man dann auch zum Beispiel im Endeffekt dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Woche weniger, beziehungsweise gar kein Training, um einfach das Nervensystem wieder runterzukriegen, damit man auch nicht so viel Stress, mehr oder weniger im Stress-Sinne, halt ausstößt. So, worauf will ich jetzt hinaus? Kraftausdauer im Verbund mit Deload, also ich setze das hier jetzt nicht gleich. Kraftausdauer gleich Deload, nein. Aber wie gesagt, im Kraftausdauer-Bereich macht man auch eher mehr Wiederholungen mit weniger Gewicht. Das kann man dann auch in der Deload-Phase machen. Maximalkraft, 5x5, intramuskuläre Koordination. Maximalkraft ist genau das Gegenteil zum Deload oder Kraftausdauer, heißt, man geht in einen kleineren Wiederholungsbereich, packt mehr Gewicht drauf. Da arbeitet man jetzt nicht mehr in einem Muskelaufbau-Bereich, sondern eher in einem Bereich, wo man Kraftzuwachs irgendwie haben will. Kraftzuwachs jetzt nicht in Form von Muskelquerschnittsverdickung, also Muskelwachstum, sondern eben, dass zum Beispiel der Muskel mehr Muskelfasern aktivieren kann, beziehungsweise der Muskel mehr Energie bereitstellen kann. Was ist da dran so wichtig? Im Endeffekt bringt es einem wirklich den ersehnten Kraftzuwachs, um dann in einem Hypertrophietraining einfach die Gewichte steigern zu können, weil wenn man stärker ist, kann man mehr Gewichte bewegen und wenn man mehr Gewichte bewegen kann, steigt dann im Endeffekt auch der Muskelquerschnitt, weil man in dem Sinne halt auch wieder stärker ist. So, und das Fazit jetzt daraus aus diesem Ganzen, also aus der Muskelwachstumsstrategie, also aus diesen klassischen 12 Wiederholungen, dieser Kraftausdauer und der Maximalkraft ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn mich Leute fragen, so, ja, mit wie viel Wiederholung soll ich trainieren? Weil das sind so Basics, die muss man eigentlich kennen. So, dieses ganze Fazit von dem Video soll jetzt eigentlich sein, baut Variation in euer Training ein, heißt, versucht mal Kraftausdauer einzubinden, vielleicht für 2-3 Wochen, wenn das nicht unbedingt euer Ziel ist, neben Muskelwachstum oder versucht wirklich mal, wenn ihr Fortgeschrittene seid, Anfängern würde ich das nicht empfehlen, dann auch mal ein 5x5 System zum Beispiel zu machen oder ein 3x5 oder ein 5x3, einfach so ein bisschen in diesen Maximalbereich zu kommen, damit ihr einfach auch eure Muskeln besser ansteuern könnt zu diesem intramuskulären Koordination, das ist genau dafür gedacht. Habe ich ja gerade gesagt, damit verbindet man halt eben nicht diese Muskelverdickung. Dazu wird aber ein separates Video noch kommen, wo ich das dann alles nochmal ein bisschen detaillierter erkläre. Hier ging es jetzt wirklich nur, von den 3 Sachen auf diesen Wiederholungsbereich zurückzuschalten und dann zu gucken, dass man da wirklich die Variation einbaut und im Endeffekt so dann auch wieder ein Plateau überwinden kann. Bis zum nächsten Mal.